Läuft. So. Moin. Wir spielen ein kleines Squad. Drei Mann hoch. Zusammen mit Lynn und Sven. Hi. Hi. Mal sehen. Also einer landet ja auf jeden Fall. Ich sehe also zwei. So. So. Dann. Halb vier. Scheiße. Auf unserer Seite. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Da kommt noch ein Siebter auf unserer Seite und ich mich jetzt nicht mehr gucke. Ich nehme die vorderen Häuser wieder. Da hatte ich keinen Schwung mehr. Ah. Ja. 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 Okay. Ah, ja. Ist jetzt einer von euch bei mir rum? Äh, ja, kann sein. Mira straucht bei dir am Haus rum. Und sie sagt nur, kann sein. Ja, kann ja sein, dass da trotzdem noch wer anders ist. Ich hab sie, ich hab sie bei dir vorbeihuschen sehen. Alles gut. Oh, hallo. So, so, so. Oh, ja, was ist da unten? Ich hab deine Lieblingswaffe, Anubis. Was heißt, eine deiner Lieblingswaffen. Ein Vektor? Nein, auf Entfernung. Auf Entfernung? Ähm, SKS, Mini? Ja, die Mini. Hm. Ja. Wäre nicht so verkehrt. Ich muss erstmal gleich zu dir rüber. Die Mini braucht dich, weil ich hatte nur die Doppelläubige. Aber ich hab da auch noch was Schönes drauf. Oh, oh. Da schießt einer. Ja. Oh, na. Fragt sich nur, für wie lange. Also, ich hab da auch noch was. ich habe noch was schönes für einen von euch beiden was denn achter das wurde erst mal eine waffe auf die nach der bank ja ein zweier helm liegt bei mir auch noch ich habe eine m16 aber kaum moni bei mir liegen jetzt die zwei zweier helme ja ich und es auch unterwegs haben wir es weit ich tolle aber noch ein zweier helm ja ich komme gleich muss ich noch mal ganz kurz ein bisschen gluten wo wissen du bei dem letzten haus in der vorderen reihe der forderung zwei jahre ist ja auch noch mal auf dem dach das gut die brauche ich auch kommen unten rein so die helle waren wo im ganzen haus verteilt hier liegt auch noch eine akm auf dem dach dass die nämlich dann mal weil ich habe jetzt anderes möchte doch gleich in einer suche haben auch noch so habt ihr hier so was hingelegt wer weiß ob du da was brauchen kannst müssen sie gehalt das drauf willst du mal zwei jahre so haben ich habe machte also so sind zwar die zwei weste und die zwei der helme dort wenn ich schnell runter suchen helfen hier bei mir direkt da draußen beim klo ist gut und noch langsam richtung zonen wagen ja hoffen das ist ja da suche ein bisschen helfen ich weiß nicht wie wir da vorbeikommen sollen bist du da eine möglichkeit mitschießen ja sind da welche seht ihr die ich glaube ich hatte gerade einen gesehen das war doch nur ein bescheid und dann ist sie hier die zone ab ja in einer kreuzung vor dem tower liegt da kann ich noch den zweier suche haben ja der sitzt im tower unten da hier vorne bei dem roten haus close was ist da da ist einer drinnen rechts davon da ist aber noch woanders muss ich ausgerechnet dann bewegen muss sich ausgerechnet dann bewegen ist Das war's. Versuch die ein bisschen zu umlaufen hier. Ja, sehe ich. Na, 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 na. Noch irgendwelchen Blick? Gerade nicht. Nee. Wollen wir mit dem Boot weiterfahren oder? Nee, brauchen wir eigentlich, oder? Weit. Haben sie nicht weit. Aber ich möchte ungern über die Straße laufen hier. Laufen wir am Fluss lang. Hier ist die Brücke. Hier kannst du nicht mit mir laufen. Unter der Brücke lang. Oh, wo ist der denn jetzt hingesprungen? Ich sehe keinen. Oh, wo ist der denn? Hier ist der denn. Okay. Das war's für heute. Keine Einer da. Was sind die denn alle Hände gerade geballert haben? Ich möchte die auch mal wissen. Ich möchte die auch mal wissen. Ich möchte die auch mal wissen. Erst ballern sie hier rum, dann ist keiner da. Was ist denn da los? Ja. Ja komm, Zone. Zone rennen. Das geht aber. Ja, von der Zone her geht es. Ja. 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 Ich bin da wieder auf Looting Tour. Ich bin sonderlich gut ausgerüstet. Oh, wenn du noch 5.56er finden solltest? Ja, die brauch ich auch. Könnt ihr dir dafür 9mm geben, die hab ich noch, wenn du brauchst. Hab ich auch. Vielleicht nebenbei ich noch? 39. Dafür war ich nicht für eine einzige Runde. Ähm, Länder A. Ja. 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 ist zu die tür okay da kann ich leider gerade überhaupt nicht hinkommen wir sind bäume im weg ja ich sehe es recht close und da müssen wir hoch also nehme ich ihn mit da ist schon einer am blut und wo hat er geschossen von oben vom berg im norden oder 15 ungefähr hinterm baum ist der nordosten gerade sehen nicht vorhin hinterm baum direkt da jetzt nicht ein da ist auch einer einer hat mal ins gefressen oben auch einer oben auf dem hügel drei oben drei Okay. Ja, was meinst du, wieso ich gerade in die Zone gerannt bin? Wir unten anschwimmen? Im Wasser? Ja, was meinst du? Wir müssen gleich weiter in die Zone, ne? Ja, am besten unten lang, oder? Mein Wegen. Auch eine habe ich unten getötet, eine hat sich ausgenockt, der war hinterm Felsen. Ja, der wird auch noch nie sein. Jaaa! Blitter! Den habe ich jetzt nicht gesehen, auf die Schnelle. Ich danke dir. Kein Problem. Haben die noch 5 und 6er? Keine Ahnung. Ich laufe. Achso, warte mal. Scheiße, wir müssen... Jaaa, ein bisschen Muni hätte ich auch noch gebrauchen können. Ja, ich hätte was zum heilen gebrauchen können. Weil ich gehe nämlich gleich hops! Nee, ich kann ihn nicht gegen heilen. Ich bin tot. Oh, shit. Oh, zu langsam. Ja. Mann! Oh, Fünfter. Ja. Zumindest etwas. Ja. Könnt ihr... Könnt einladen. Hund. Sosip.